Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und wir befinden uns hier auf einer richtig, richtig coolen Map. Und schau mal Katja, das sieht alles so cool hier aus mit den Paletten und hier die Treppen. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Oh stimmt, das sieht super cool aus. Und schau mal, oh hier ist es rutschig. Oh stimmt, oh oh, nicht ausrutschen Katja, so cool. Und heute machen wir ein richtig, richtig cooles Jump and Run. Oh stimmt, das wird so lustig. Und weißt du aber, was das Problem ist hierbei? Ja, was denn? Wir werden von Säure sozusagen verfolgt. Wir dürfen da nicht nicht rein. Und vor allem, die kommt immer höher dann. Oh, das stimmt. Das heißt, wir müssen richtig, richtig schnell vor der Säure weghüpfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, guck mal Katja, hier können wir einstellen, wie schnell die Säure fließt. Also entweder fließt sie langsam, sie fließt normal, sie fließt schnell oder sie fließt super schnell. Moment mal Katja, wie schnell soll die Säure denn fließen? Komm, wir nehmen erstmal normal und schauen mal, wie wir da weiterkommen, okay? Oh, sehr gut Katja, dann würde ich sagen, wir gehen hier in den Aufzug und Start. So nice. Die Map ist wirklich so cool. Oh oh, es geht nach unten mit dem Aufzug. Richtig, richtig cool. Und wir sind angekommen. Wie cool ist das denn? Moment mal Katja, ich glaube die Säure kommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen uns wirklich richtig, richtig doll beeilen, dass die Säure uns nicht erwischt. Oh oh, und zack. Oh, schau dir das mal an Katja, die Säure ist schon da, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen richtig schnell nach oben klettern Katja, nicht, dass die Säure uns noch einholt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh oh, die ist richtig schnell. Oh oh, und zack, ab hier nach oben und warte mal. Sie kommt immer höher und höher, schau dir das mal an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Beeilung, Katja, Beeilung. Und so, dann geht es hier lang. Dann müssen wir hier auf den Slime und zack, dann müssen wir hier auf die Röhre und bist du gerade runtergeplumpst? Ja, einmal, oh je, hoffentlich bekomme ich den Slime-Sprung hin und... Oh, ja, sehr gut. Oh, sehr gut gemacht und warte mal, wohin müssen wir denn hier? Oh, warte mal, wir müssen hier, dann hier lang. Das macht wirklich so viel Spaß und wir müssen uns wirklich so doll beeilen, naja, dass wir nicht in die Säure blumpsen und zack, oh, was ist denn hier los, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann müssen wir hier hin, dann geht es hier weiter nach oben. Oh, das macht wirklich so viel Spaß und zack und zack und... Moment mal, oh, hallo Katja, ich sehe dich. Hallo, aber bis jetzt sind wir eigentlich noch recht gut, vor allem keiner ist runtergefallen. Oh, das stimmt, so, zack, 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 da geht es hier weiter nach oben, da geht es hier weiter nach oben, so und so und oh, ich bin schon richtig weit oben, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin fast runtergefallen. Oh nein, pass richtig gut auf, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, die Säure kommt immer näher und näher, oh, oh, Moment mal, da müssen wir hier drauf und, oh, hier hin und dann hier hin und dann müssen wir den Sprung schaffen und zack, das klappt richtig gut gerade und warte mal, du bist da unten, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Katja, du musst dich richtig doll beeilen, nicht, dass die Säure dich noch bekommt. Stimmt, ich bin einmal kurz runtergefallen, oh je. Und zack, da geht es hier lang und hier lang und so und so und so und guck mal, ich bin hier oben schon und wo bist du denn gerade? Ich bin hier unten, warte, warte, ich muss erst mal schauen, wo es weitergeht. Oh ja, so, dann kletter ich hier weiter und so und zack, oh, hallo, ich bin über dir, Katja. Hi, hi. Dann geht es hier weiter und hier und hier und oh, hier muss ich hochklettern, zack, 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 zack. Das macht so viel Spaß und vor allen Dingen, wir müssen uns auch richtig, richtig doll beeilen und dann geht es hier hoch. Bist du runtergeplumpst? Nein, 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 noch nicht ganz, aber es war kurz davor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, pass bitte richtig, richtig gut auf. So und so, dann geht es hier weiter, dann geht es hier drüber und hier und hier und hier und dann kann man hier hochklettern, zack, 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 zack. Das ist so gut, warte mal, muss ich jetzt hier hinspringen, ich bin mir nicht ganz sicher. So und so und vor allen Dingen, wenn man hier einmal runterplumpst, dann landet man direkt in der Säure. So, das ist ganz und gar nicht gut. Oh, stimmt, guck mal, wie grün die ist. Oh, das stimmt, da will ich auf keinen Fall reinplumpsen. Und zack und zack und zack, dann geht es hier weiter nach oben und so und so. Und dann muss ich hier hin und hier hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Moment mal, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, ich glaube, ich muss hier hin, dann geht es hier lang. Oh, Katja. Ähm, irgendwie habe ich den Weg verloren. Oh nein, Moment mal, vielleicht sehe ich dich ja von hier oben, aber ich sehe dich da unten, hallo. Oh, guck mal, wenn ich hier oben bin, wo muss ich denn dann lang? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, Katja, warte mal. Soll ich dich retten? Bitte. Moment mal, jetzt muss ich hier hochklettern, dann hier auf die Röhre und von dort dann die Treppe nach oben. Oh, stimmt. Okay, warte mal, so zack, hier lang und da lang. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer teilweise. Oh, da hast du recht. Und vor allen Dingen, wir müssen uns richtig doll beeilen, bevor die Säure kommt. So und so und so. Dann springe ich hier weiter nach oben und dann geht es hier auf die Röhren oben drauf. Oh, so cool, aber das macht wirklich so viel Spaß und ich wäre fast runter geblumst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war richtig doll knapp. Oh, oh. Vor allem, wie weit geht das denn noch hoch? Ich bin mir nicht ganz sicher, Katja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann geht es hier weiter und hier und hier und hier. Das macht so viel Spaß und zack und zack. Dann geht es hier weiter, dann kletter ich hier nach oben und warte mal so. Dann geht es hier oben drauf. Oh, ich fall runter. Oh nein, Katja, Moment mal. Katja. Ich habe es nicht geschafft. Oh nein, du bist in die Säure geblumst. Oh nein, Katja. Ach man, Moment mal, jetzt bin ich hier ganz alleine. Aber ich sehe dich. Hallo. Hallo. Hi. Und dann springe ich hier hin, so und so, hier hoch. Sehr nice, dann geht es hier weiter. Warte mal. Dann geht es von hier hier auf die Röhre und Moment mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich weiß es nicht ganz genau. Warte mal. Da vielleicht wieder hoch, ja. Oh, sehr nice. Und zack und zack und zack. Dann geht es hier weiter nach oben. Dann geht es hier lang. So cool. Und ich glaube, ich bin richtig weit von der Säure schon entfernt. Oh, das stimmt. Aber wenn du einmal runterfällst, dann ist das wirklich nicht so gut. Oh, da hast du recht. So und so und so. Dann springe ich hier noch nach oben. Dann geht es hier weiter. Und oh, hier geht es über die Röhren drüber. Und zack. Und dann geht es hier weiter. Und hier oben drauf. So, so, so cool. Und zack und zack und zack. Und dann geht es. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, oh. Ich wäre fast runtergeblumst. Das war so knapp. Ich habe richtig doll Angst, dass sie in die Säure blumse. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Dann geht es hier weiter. Dann geht es von hier hier oben drauf. Dann kann ich hier drauf. Und ich habe gewonnen. Oh, so cool. Das macht so viel Spaß tatsächlich. Okay, Moment mal, Kater. Ich würde sagen, wir stellen die Säure jetzt auf richtig, richtig schnell. Das heißt, wir müssen uns richtig beeilen beim Hochspringen. Okay, okay. Das wird so super lustig sein. Und hoffentlich wird keiner von uns runterfallen. Aber jetzt können wir auch ein bisschen den Weg. Oh, das stimmt. Das wird so cool. Aber wir müssen uns wirklich richtig, richtig doll beeilen. Und schnell nach oben, Kater. Und zack, 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 zack. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Die Säure ist schon da. Oh, oh. Und dann geht es hier lang. Und Kater. Oh, Gott. Ich bin hier unten. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Was machst du denn jetzt? Äh, ich komme hier nicht mehr hoch, glaube ich. Hilfe. Aua, ich bin in der Säure gelandet. Und Moment mal, die Säure steigt ja richtig schnell. Oh, beeil dich, Kater, beeil dich. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das ist ja so knapp. Wie denn? Nein, du bist auch in die Säure geblumst. Ach, Mann. Das ist richtig, richtig schwierig. Okay, Moment mal. Und Kater, du bist direkt am Anfang schon in die Säure geblumst. Oh, nein. Vielleicht bekommst du es aber hin. Oh, ja. So, zack, zack, zack. Ich muss mich jetzt richtig schnell beeilen, weil die Säure auch richtig, richtig schnell nach oben fließt. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Und dann geht es hier weiter und oh, oh, schnell beeilen, beeilen, beeilen. So und so und so. Das ist wirklich so knapp mit der Säure. Und dann geht es hier weiter und hier ist ein bisschen rutschig. Oh, die ist super schnell. Pass bloß auf. Oh, oh, und zack. Und dann geht es hier weiter. Das ist wirklich so knapp und da unten ist schon die Säure. Oh, Gott, wo muss ich hin? Oh, warte mal. Ich muss hier hin. Da muss ich hier hochklettern. Und von hier muss ich... Oh, ich muss da hochklettern. Schnell, 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 schnell. Und zack. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Da muss ich hier hin. Das ist super lustig tatsächlich. Und zack, da geht es hier lang. Oh, ich muss mich wirklich so doll beeilen. Und so und so und so. Dann kletter ich hier nach oben. So cool tatsächlich. Und die Säure kommt richtig schnell nach oben. Oh, oh, und zack. Da geht es hier lang. Da geht es hier weiter. Und ich darf auf keinen Fall runter blumpsen, sonst lande ich direkt in der Säure. Das machst du wirklich super gut. Oh, danke dir. Okay, warte mal. Jetzt den Slime-Jump hier. Und zack, da geht es hier weiter. So cool. Und hier. Und zack, ja. Du bist so schnell. Guck mal, die Säure kann ich fast gar nicht mehr einholen. Oh, dankeschön. Da geht es hier weiter. Da geht es hier oben drauf. Oh, ich bin wirklich schon richtig, richtig weit oben. Oh, das stimmt. Super nice. Und zack, dann springen wir hier noch ein bisschen weiter. Dann klettert der hier nach oben. So, und dann zack. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Die Säure ist schon bei mir. Klettert. Nein. Ich bin in die Säure geplumpst. Ach, Mann. Aber das macht wirklich so, so, so viel Spaß. Oh, stimmt. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch. Holt ein Abo da. Schaut mir, der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020